Kommen wir zum Lachs Nummer 2. Diesen Lachs werden wir konfieren. Konfieren bedeutet so viel wie in Öl baden bei leichter Temperatur. Das kann passieren bei 30 bis 50 Grad ungefähr, je nachdem. Wir machen es so ungefähr bei 40 Grad, genau die goldene Mitte. Wir werden uns dafür ein Stückchen Lachs nehmen. Auch hier wieder sieht man, dass wir hier eine dicke und eine dünne Seite haben, damit wir ein komplettes durchgegartes Stück haben, ohne dass irgendwas trocken wird oder austrocknet. Und auch zur Optik werden wir uns das dünne wegschneiden, so dass wir so ungefähr eine gleiche Dicke haben. So, dieses Lachsstück nehme ich und werde es nur salzen. Ganz leicht mit wenig Salz und wenn möglich einreiben, so dass wir wirklich auf jeder Seite die gleiche Salzmenge haben. Das machen wir darum, weil der Fisch nichts weiteres braucht im Öl und damit schön saftig wird und bleibt und wir eigentlich gar keinen Gewürz weiter brauchen. Und der Lachsgeschmack einzigartig ist dadurch. So, dieses Stück nehmen wir und werden es in dem Öl baden. Das hat jetzt so ungefähr 40 Grad. Man kann es einfach leicht testen, indem man so ein bisschen den Finger ran hält. Sollte eine warme Temperatur, also mehr als die Körpertemperatur betragen, tut nicht weh. Sollte man aber auch nicht mit einem Löffel probieren, bevor man sich wirklich die Zunge bei 50 Grad verbrennt oder sowas. Bei dem Öl kann man auch sagen, Sie können es nach Aroma selber verreinern. Sie können Zitronenöl nehmen, Sie können Olivenöl nehmen, Rosmarinöl. Sie können sämtliche Öle verwenden, die Sie gerne möchten. Walnussöl, Knoblauchöl, alles. Nur nicht zu viel in Maßen. Der meiste Teil sollte dann doch Rapsöl sein, was geschmacksneutraler ist und den Lachsgeschmack halt nicht verfälschen sollte. So, diesen Lachs werden wir jetzt einfach nur in Öl legen. Wichtig hierbei ist, dass der Lachs im Öl schwimmt, dass er vollständig bedeckt ist. So erhält er eine gleichmäßige Garung. Hierbei kann man dann noch darauf achten, da der Lachs sehr eiweißreich ist, wird als erstes passieren beim Lachs, dass das Eiweiß austritt. Das sieht man, also das können wir nachher ein bisschen zeigen, wie das Eiweiß austritt. Das ist auch zugleich der Punkt, wo der Lachs dann schon gar ist. So, unser konfierter Lachs ist schon so gut wie fertig, wenn nicht sogar schon fertig. Ich hole ihn mal raus. Man kann schon an der Oberfläche erahnen, dass die ganz kleinen Bläschen, das wird schon der Eiweißaustritt sein, der Eiweißaustritt steht kurz bevor. Unsere kleine Druckprobe zeigt, dass der Lachs eine feste Struktur hat, dass er quasi durchgegart ist. Hier ganz unten an den Seiten sieht man schon den kleinen Eiweiß. Perfekt ist es wirklich, wenn man es schafft, das Eiweiß nicht heraustreten zu lassen. So ergibt es auch ein schönes Endbild. Und legen ihn zu den anderen dazu. Jetzt werden wir ihn nochmal rein optisch und geschmacklich mit ein bisschen schwarzem Salz garnieren. Schon ist der zweite Lachs fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de